Dies ist der Podcast Zukunftssichere Strategien für Ihren Einkauf. Mein Name ist Tanja Damman-Götzsch. Ich gehöre seit über 15 Jahren zu den führenden Beratern im Bereich Einkauf. Willkommen zum Podcast. Thema heute Einkaufsabteilungen auf dem Hohen Ross. In der Praxis beobachten wir, dass sich manche Einkaufsabteilungen in einer Position der vermeintlichen Überlegenheit oder Unantastbarkeit wehnen. Diese Haltung führt oft zu einem Mangel an Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und einem Gefühl der Isolation innerhalb des Unternehmens. Diese Mentalität beeinflusst nicht nur die interne Dynamik, sondern auch potenziell das Wachstum und die Innovation des gesamten Unternehmens. Einkaufsabteilungen müssen von ihrem Hohen Ross heruntersteigen und eine Kultur der Zusammenarbeit und Offenheit fördern. Auch in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Nur so können wir sicherstellen, dass das Unternehmen sein Potenzial voll ausschöpft. Das ist ein wahrer Stachel im Fleisch. Konflikte und Missverständnisse zwischen Einkaufsabteilungen und anderen Abteilungen nehmen zu und hier ist die bittere Pille. Satte 70 Prozent der Mitarbeiter in anderen Abteilungen betrachten die Einkaufsabteilung als wenig kooperativ. Nun, das bedeutet, dass die Einkaufsabteilungen nicht nur isoliert sind, sondern auch als Hindernis für den reibungslosen Ablauf des Unternehmens angesehen werden. Das führt zu Frustration, Spannungen und einem Gefühl des Jeder gegen Jeden. Und die Folgen? Sie sind nicht zu unterschätzen. Wenn Abteilungen nicht miteinander arbeiten können, wird die Effizienz zerstört. Projekte werden verzögert und letztendlich leidet die gesamte Unternehmensleistung. Es ist an der Zeit, den Grabenkampf zu beenden und Brücken zu bauen, bevor das Unternehmen im Sumpf der Ineffizienz versinkt. Einen motivierenden Artikel habe ich gelesen im Einkäufer im Markt vom 01.02.2024. Die Deutsche Bahn AG hat ein neues Lieferantenportal. Das Unternehmen ging weg von reiner Informationsvermittlung hin zu einer Plattform, die sich konkret an den Bedürfnissen der Lieferanten ausrichtet. Bedürfnisse der Nutzer stehen im Mittelpunkt. Schnell sei klar geworden, dass sich das neue Lieferantenportal nicht mehr als Teil der DB-Webseite verstehen, sondern als eigene Seite darstellen sollte. Um Barrieren für potenzielle und bestehende Lieferanten abzubauen, seien klare und intuitive Inhaltsstrukturen geschaffen worden. Besonders hilfreich war demnach die Erstellung von Personas. Das sind fiktive Personen, die man konzipiert, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Also eine Art Musterbürger. Im Fall des Lieferantenportals der Deutschen Bahn wurde die Frage gestellt, welche Bedürfnisse hat der Lieferant, was ist der typische Einkäufer, wie alt ist er? Die Lösung? Die Einkaufsabteilungen müssen aus ihrer festgefahrenen Einsiedlermentalität ausbrechen und eine Kultur der Zusammenarbeit und Offenheit fördern. Es reicht nicht aus, nur die Türen zu öffnen. Sie müssen aktiv den Dialog suchen und den Austausch von Informationen und Ideen mit anderen Abteilungen vorantreiben. Mal ehrlich, wie lange wollen Sie noch dabei zusehen, wie diese Grabenkriege das Unternehmen lähmen? Es ist an der Zeit, dass die Einkaufsabteilungen die Rüstung ablegen und anfangen, Brücken zu bauen, bevor das Unternehmen im Chaos versinkt. Denn hier ist die Realität. Eine Einkaufsabteilung, die sich abschottet, ist wie ein Rädchen, das sich gegen den Rest des Getriebes stemmt. Es führt nur zur Reibung, Verzögerung und letztendlich zum Stillstand. Eine kooperative und integrative Einkaufsabteilung ist keine nette Option, sie ist entscheidend für den Erfolg des gesamten Unternehmens. Denn wie Helen Keller so treffend sagte, allein können wir so wenig tun, zusammen können wir so viel erreichen. Viele weitere Details zum Thema erhalten Sie in meinem neuen Buch Der Einkauf im Wandel. Jetzt souverän, innovativ und krisenfest die Zukunft gestalten. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.damman-götzsch.com Danke fürs Zuhören, bis demnächst, Ihre Tanja Damman-Götzsch Zuhören, bis demnächst, Ihre Tanja Damman-Götzsch